Was geht? Oh Gott, Isa, ich bin so müde, gell? Innerlich bin ich so im Tiefschlaf und äußerlich... Was? Kenn ich. Du, wieso bist du neben mir runtergefallen? Ich habe keine Ahnung, ich hab's auch gerade gesehen. Du bist ein Spinner. Nein, bin ich nicht. Verzieh dich. Ich mach das jetzt zu und dann chill ich hier. Für immer und ewig nur damit ich ein Scheiß weiß. Also wie letztes Mal wurde wieder durch diese Wand da aus? Da, wo ich so ein Megaprofi war, würde ich mal mal gucken. Ja. Wieso habe ich ein Knie verbringt, ich habe kaputt gemacht. Ohne Witz hat er jetzt... Oh Gott, ist du so leid. Yoda. Hey. Die vertöte diese Drohne. Nur noch fünf Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut beendet und realisiert. Wurde hingesprungen. Ich habe keine Ahnung. Yoda, hast du sie? Jetzt habe ich hier überall Dinge hier gemacht und ich habe selber noch kein Trussungspaket geholt, ja? Ohne Witz. Scheiße. Ich habe Störsendern, habe die einfach nirgendwo hingepackt, weil ich damit beschäftigt war. Jetzt hier raus, okay. Okay. Bitte. Blöd. So. Wann bekommen sie? Ich habe Angst. Alles gut bei dir? Hast du deine Löcher gebaut? Gebaut. Ähm, unten. Blitz. Ist unten. Boah, mein Fenster. Mach ich dir jetzt nicht, sonst machen die meine Kamera kaputt. Mein Fenster. Und bei mir? Oh Gott, ich sehe. Ah! Das ist Blitz. Lass mich rein, lass mich. Oh Gott, hier im Bad, im Bad, im Bad, im Bad. Boah. Das war knapp. Das war knapp. IQ, 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 IQ. Ich dachte mir so, hm, bevor ich jetzt sterbe, renne ich lieber weg und sterbe. Deckung geben, ich lade nach. Oh, oh. Was ist denn das Fenster los? Das Fenster? Oh Gott. Wie gut, dass keine Elektronik. Ja, es tut mir leid. Nein, scheiße, er hat mich getroffen. Ich bin tot. Oh no, nein, Eva. Oh, wo ist hier noch dieser komische Blitz? Der müsste von da kommen. Oh, was? Hallo? Von... Oh, Gläsmann. Fuck. Und Blitz, ja. Ja, was ist denn los? Fick sich doch. Nein. Der mit deinem Fesselt. Ja, komm her, komm her. Mission gescheitert, eigener Trupp neutralisiert. Was glaub ich mach jetzt? Das hätte von dem Yoda vielleicht auch, dass das... Das macht voll die Geräusche. Ach stimmt, der macht Geräusche, gell? Ja, gute Idee. Ich hab heute einen Joghurt gegessen, der war schlecht, glaub ich. Also schlechter kannst du nicht dran sein, wie ich mit meinem Ketchup, der total verschimmelt war. Ja, den du einfach eine Woche lang gegessen hast. Und mein Papa, und mein Papa einfach so... Ja, den hab ich nicht weggeschmissen. Ich wollte ihm deiner, äh, deiner Mutter zeigen. Was? Wie versuchst du sowas? Ja, warum? Mega gut. Diese muss ich mir gleich einen Kaffee machen, gell? Ja. Ey, mein Handy hat ein Update gemacht, ja? Und jetzt sieht alles anders aus. Oh, nein. Ey, meine Drohne ist auch grad vom Himmel gefallen. Was ist denn heute mit mir hier los? Da fällst du aus allen Wolken, würde ich mal behaupten. Ja, den wohnen zu machen. Ich rate, wer fast in den Störsern da gefahren wird. Ich rate, wer gerade gefunden wird. Oh, wer ist rückwärts in einen Störsern da gefahren? Warum finde ich nicht, finde ich nicht. Nein. Ach, Mann. Ich hab gesehen, wie du kaputt gegangen bist. Wieso schickt er wie eine Freundschaftsfamfrage? Ach so, hat er bei mir auch. Sein Headset redet mit uns. Du, 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 du. Also würde er noch einen Code eingeben. Was denn? Ich hab vorhin, ich hab vorhin die Millers geguckt, gell? Soll mal, macht mein Handy blingling. Ich so, was geht denn hier? Hast du eine Freundschaftsfamfrage? Hab ich auf einmal bekommen, gell? Ja, ich hab, hab ich gesehen vorhin bei Neuigkeiten. Und weißt du, was das Lustige ist? Ah, ich kenn den auch. Er hat mir, äh, ne, 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 nochmal. Er hat mir auch eine Freundschaftsfamfrage geschickt, aber schon vor... Ha, 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 war vor dir. Weißt du was, von mir. Ja, wär ich jetzt fuse, könnte ich da voll cool reinfusen, aber nein. Ja, du bist... Wow, hier ist einer! Du Wixer! Ja, komm, schmeiß dein Scheiß-Bee hier. Wo ist er denn? Oben? Jo. Wo oben? Hier, um die Fahne. Du bist bereit. Warte. Jo. Happy. Ich hab eine EMP-Granate geworfen. Ich bin zu doof. Mach mal ganz auf. Ich habe eine EMP-Granate geworfen. Ich bin einfach nur reingegangen. Ich bin einfach nur reingegangen. Ich bin einfach nur reingegangen. Ach, das muss das auch. Verteidigen. So. Ach, ich wollte den ja eigentlich... Hm. Stumm schalten. du hast dich jetzt um ja du warst das hundertprozentig weil ich habe das absichtlich ohne winnen kommen nehmen nehmen nein nein ich habe ihn jetzt manchmal genommen okay du wichser nicht du wolltest nur dass ich mich noch mal falsch entscheide komm ich kann nicht und nachher penner du bist du ein wichser selber spieler wie kann ja würdest du mal bitte die fenster hier neu machen tust du mir den gefallen wenn du schon so fragst dafür kriegst du auch ein Schokoladenplätzchen ein Plätzchen ein Plätzchen du wurdest in Sekt könnt ihr mal bitte die Drohnen kaputt machen das wäre sehr freundlich von euch so lass mich durch ey alter hau mich kaputt heute kaputt oh nein ich war draußen und dann war ich wieder drinnen und dann war ich wieder draußen weil ich jetzt die Tür zerstöre und dann warst du wieder draußen und dann habe ich die Tür einfach nicht mehr richtig zugemacht schlau ich gehe hinten in meine Ecke nein geh nicht in meine Ecke lass mich da rein danke yo 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 ich gehe wieder irgendwo anders hin und werde förmlich sterben ich gehe davon aus dass die von außen an die fenster gehen egal ich bin ich habe natürlich die beschissenste stelle mich mitten in der küche hin zu packen wo natürlich 1 2 3 eingänge sind guck mal einer mit schild ist bei mir oh mein Gott ich will hier raus das ist mir zu blöd oh Yoda pass auf einer mit schild kommt die Treppe hin Lucy hör auf zu die sind dann drinnen ja unten kommt einer mit Schild Alter Freak verpiss dich Freak ist mein Name also halt die Fresse also halt die wuuuuh tsch tsch alter wo ist der mit Schild man wo ist der wo ist er ah wo 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 Freak am Fenster Lucy hey Schnecke die sind einfach alle hier gut ne ja der eine mit Schild ist unten habe ich mega Angst gekriegt und bin weggerannt aber versucht nicht mehr den Behälter zu sichern weiterem Zugriff auf den ohne Witz wer ist da drinnen ohne Witz ohne Witz oh okay der Bio-Gefahr-Gut-Behälter wurde gesichert Mission des eigenen Trupps gescheitert 1,2 oh leicht nicht Bevor der irgendwen holt ah ich mach mal ein Foto jetzt von weiter weg Pluck total verschwommen sieht aus wie ein 3D-bild oh leicht wird der immer schlimmer ich denke ich auch was macht die 500 Biller Pluck ne ja auch Lucy miau der Tiger in dir ma das ist ein Tiger in dir miau die sind bestimmt im Keller nein ne doch nicht du bist selber im Keller du bist im Keller du bist im Keller du bist im Keller fahr nach oben 5 Sekunden das ist eine gute Entscheidung ich weiß nämlich oben ist jemand oder ich bleibe einfach mittendrin stehen weil ich so gut bin ich bin klug ich bin klug K L U K du bist ein Wichser du bist blöd K L U K das Ö fehlt ist mir grad aufgefallen also lass mich in Ruhe deswegen bin ich klug K L U K ja ja die sind ja hier ja wo denn ja die sind hier oben ich bin klug ich bin klug ich bin klug ich geh davon aus dass da jemand ist ja deswegen mach ich jetzt das Fenster auf oh wer ist denn jetzt noch nicht Yoda boah ohne Witz und ich krieg das ab ja Yoda geh rin oder schieß dir in den Arsch weißt du ja er humpelt darum dass er passt da auf und ich krieg volle Kanne und Dings ab ich hab jetzt 16 16% Haschkeksfreak es ist aber nicht der Freak nein du bist Freak ja ist das eigentlich ich mache das auch